Mindener Tageblatt Um der Hitze zu entkommen, muss man nicht einmal weit fahren. Im Supermarkt um die Ecke kann man sich auch abkühlen. Wie zum Beispiel im Wetz in Hille. Da gibt es auch genug Platz. Ich habe es noch nicht durchgerechnet, aber ich denke mal, wir bekommen einige Busladungen unter. Das dürfte kein Problem sein. Unser Thermometer zeigt am Ende der Messung angenehme 12 Grad an. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob man sich überhaupt lange am Kühlregal aufhalten darf. Und ob bei heißen Temperaturen mehr los ist. Bei uns ist jeder herzlich willkommen und man darf sich auch gerne umschauen. Es wird, glaube ich, doch schon mal vorkommen, dass der ein oder andere den Temperaturen dann hier doch vor den Temperaturen flüchtet.